Musik Ja, einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen hier aus Wittlich von der Wirtschaftswoche. Ihr seid am Stand von Marvin Jeske Immobilien. Wir sind in der Halle 5, da stand 503 und bei uns könnt ihr hier an dieser schönen Fotobox ein Foto schießen. Und dieses Foto, was ihr dann macht hier bei uns am Stand, könnt ihr hochladen. Da müsst ihr uns bei Facebook oder Instagram noch verlinken und dann könnt ihr dieses nagelneue iPhone XR gewinnen. Das ist ganz einfach, kostet nichts, mitmachen lohnt sich. Ja, und ansonsten könnt ihr bei uns am Stand noch Kalender mitholen. Die sind schon für 2020, da könnt ihr eure Urlaube und Ausflüge und so weiter alles einplanen und eintragen. Und ansonsten Quatsch, wir noch eine Runde. Und wenn ihr Fragen habt zum Thema Immobilien, seid ihr bei uns natürlich genau richtig. Also viel Spaß auf der Wirtschaftswoche. Also viel Spaß auf der Wirtschaftswoche. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.